Hätte einiges aus anscheinend. Achso, wir müssen da runter? Auspendeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, fast. Stehen nicht vorblieben. Ei, 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 ei. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, fast. Ich kotze ab. Wie kann das denn so schwer sein? Die Katzen könnte ich da. Warum funktioniert das nicht? Weil es nimmt das. Nimm es. Ich könnte kotzen. Ich kann nicht einfach hier oben irgendwie so und bäm, es geht doch bestimmt auch. Ei, 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 ei. Ich komme da nicht drüber. So, ich übe jetzt abspringen. Das war nicht schlecht. Nein, nicht so hoch. Ich könnte gerade irgendwie irgendwas zerrupfen. Irgendwas könnte ich gerade zerstören. Und Tepper! Beteiligere uns. Ich muss mir das nochmal machen. Oh. Oh. Das sind die besten Spiele. Nämlich die, wo man nur vier, nur fünf, das ist ja eigentlich nichts, also vier Tasten benötigt, um zu spielen. Warte. So. 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 auf später gesprungen ich könnte da ausfüllen ein die für mich das springt immer so dem ich auch dort unten und sie entlösen was Ja. Mit den Eimern kann man auch leider nicht agieren. Schade eigentlich, aber hier ist wieder ein Rätsel. 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 Schade.